Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu The Park. Und wir wollen uns amüsieren, oder? Nein? Ähm, muss ich da doch irgendwie anhalten, oder? Jetzt? Jetzt wird er doch langsam. Jetzt wird er doch langsam. Man, es ist doch schon fast angehalten. Jenny, sei doch nicht so ein Mädchen. Alter, wenn ich springen könnte, würde ich ja drüber springen. Alter, wie lange dauert es denn, ey, bis es angehalten ist? Mach doch hier schon. Jetzt, jetzt können wir rein. Und los geht's. Die Hose ist immer noch kaputt. Da müsste ich hin. Auf das Riesenrad. Ja, das ist ganz toll. Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß nicht was, aber irgendwas passiert. Aber, das hat man davon, wenn der Park geschlossen hat. Oder, oder? Alter. Wenn der Park geschlossen hat und man nachts hier, umsonst, Dinger benutzt. Ja, was war denn los? Ja, war irgendwas, oder? Was war denn so denn? Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was passiert ist. Ich weiß nicht was passiert ist. Jenny, Mann. Lauf doch, ey. Verdammt nochmal. Wo bin ich da reingekommen? Ich glaub hier, oder? Da hab ich so was wie ne Karte oder so. Ne, da hab ich gar nix. Da bin ich reingekommen. Ja, stimmt. Da lag noch so ein Scheiß auf dem Boden. Ja, gehen wir zum Riesenrad oder? Da sind ja zwei Wege, ne? Einmal da lang. Und einmal da hinten. Da hinten, da ging's auch noch lang. Ach so, hier kann man nix. Ja, lass mal lesen. Ja, wer das lesen kann, der kann das lesen. Also ich kann's net. Also ich kann schon lesen. Ich würd nur an einem Bahnhofer stehen. So, genug gelesen. Da kann man net hin. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Mal sehen, was uns da erwartet. Well, sie attraktiunen. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there and so far from my expectations and they shattered and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Ja, hat der Callus auch nen Vater? Mann, ich brauch ne scheiß Taschenlampe, ey. Kann er nicht rein, oder? Kann er nicht rein. Die Taschenlampe wär schon cool. Wieso ist denn das geschlossen da hinten? Mann, mach nur mal, mach nur mal da hinten. Da ist irgendwas. Was so? Hab ich doch gesagt. Er hat doch gesagt, da ist irgendwas. Da, ich seh's doch. Gut, das konnte mich nicht lesen, ne, so schnell. Gut, ah, will ich auch nicht rein, ey, wenn da so wieder so Mädchen ist, oder so. Kein Bock. Da hab ich kein Bock drauf. Komm schon Jenny. Wir müssen laufen. In der Müll-Durne irgendwas. Nein. Ja, irgendwie ist hier noch nicht wirklich was passiert, ne? Also, also, ich habe mich noch nicht erschreckt. Was das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, das ist das hier. Was ist das hier? Warum nicht? Das ist hier so wieder losgegelt. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Saat! Saat, Doctor! Saat der Schausch! Ich habe wieder eine Trophäe bekommen, ich habe keine Ahnung was da war. Kein Plan was da passiert, hier singen so ein Quatsch, ey. Was ist denn hier, kann ich hier irgendwas fahren? Mann. Da hinten das Haus, da muss ich rein. Hier müssen wir rein, oder? Nee, geht gar nicht. Ich habe wieder Inseln Trophäe bekommen, keine Ahnung wofür, nur weil ich gesehen habe, wie die Jenny da so ein bisschen unter Strom stand. Ja, hier kann man nicht benutzen. Wenn nicht das hier alles auseinanderfällt, dann bin ich nicht tot. Kann man hier in dem Spiel sterben? Ich weiß nicht. Ja, na ja, gut, ok. Wenigstens das haben die gemacht. Ja, was ist das nicht. Ich habe wieder eine Trophäe. Ich habe jetzt nicht so schnell reagiert und mich irgendwie versteckt. Ja, komm ich gehen mal da rein. Da lang, was da passiert. Ich bekomme hier Trophäen ohne Ende, ne? Nichts, bitte. Da muss ich mal lernen. Ja, verstehe. Du kannst jetzt nicht sein. Kannst du mal deine Tippe. Das sieht man nicht. Da sieht man nicht. Man sieht die Tipp nicht, ich will da jetzt mal nicht rein. Ich will da jetzt mal nicht rein. Wie sucht kann ich da hinten das Ding nicht mehr. nicht normal ist was ist denn hier so bin ich überhaupt hier abgebogen hier kann man nicht lang oder muss man da lang muss man vielleicht durch die Lange man kann auch hier lang ja hier kann ich wieder nichts lesen ok genug ja wir gehen erstmal da hoch mal sehen was da los ist vielleicht kommt man dann nachher nochmal runter und dann kann man dann hier lang ich weiß es nicht vielleicht gibt sie auch mehrere Wege ja da kommen wir zu dem zu dem Riesenrad vielleicht ist da irgendwas das ist Ich weiß, was du gehst, Helen, sie, einfach eine Hilfe. Hilfe war ein Blut von Leitern. Hilfe war 1000 Volt, durch meine Beine. Hilfe ist Agony. Ich würde lieber sterben. Ich würde lieber schreien. Ich würde lieber du schraubst und schraubst mich. Aber insofern sagte meine Beine, ja, Sheriff. Ja, die Jenny ist wohl eine ganz schlimme Mutter, ne? Sie hat ihren Sohn im Auto schlafen lassen. Sie hat sich verpisst. Mehr habe ich nicht verstanden. So, genug gelesen. Komm, weiter geht's hier. Und da kann ich oben drauf, oder was? Ich guck mich hier natürlich jetzt mal rum. Man, es sind mehrere Wege, ne? Man kann auch hier diese ganzen Dinger überspringen, oder was? Wie soll ich das hier verstehen? Wie soll ich das hier verstehen? Ich weiß nicht, wie lange hier die Fahrt dauert. Ich muss mal die Geschwindigkeit verlangsamen, ne? Noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange die Fahrt dauert. Ich muss mal grad gucken, wie viel Zeit mir bleibt. Ob wir das noch... Ja, die zwei Minuten. Ja, Leute, zwei Minuten, zwei Minuten werden wohl nicht reichen. Und wir haben einen schönen Mond heute. Zwei Minuten werden wohl nicht reichen. Deswegen... werde ich den Part hier beenden. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Macht's gut und tschüss!